Erst kürzlich haben die Geissens ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Die Millionärsfamilie verkauft nun Wasser in Dosen. Ein Marketing-Coup erregt jetzt ganz besondere Aufmerksamkeit. Für Immobiliengeschäfte und totenkopflästige Modekreationen waren Robert Geiss, 60, und seiner Ehefrau Carmen, 59, ja schon länger bekannt. Inzwischen haben sie sich auch in der Getränkebranche etabliert. Neben drei Tafelweinen und einem Likör haben die TV-Stars jüngst auch noch ihre eigene Wasserlinie an den Start gebracht. Skyliquid heißt das Produkt, das den ohnehin schon prallen Geldspeicher der Familie noch weiter füllen soll. Was das flüssige Gold der Geissens so besonders macht? Es wurde mit nützlichen Zusatzstoffen angereichert. Eine Sorte enthält etwa Collagen, um die Haut aufzupolstern. Wie viele Dosen man für einen sichtbaren Effekt inhalieren muss, ist jedoch nicht überliefert. Um die Marke bekannt zu machen, hat sich Robert eine besondere Strategie überlegt. Sein neustes Spielzeug. Ein schwarzer Ferrari mit Skull-Liquid-Folierung. Totenköpfe mit Sonnenbrille auf Motorhaube und Türen sind selbst im Fürstentum ein echter Hingucker. Viele Grüße aus Monaco, heute unterwegs mit meinem neuen Ferrari, schreibt der passionierte Hobbyangler zu der Bilderreihe, die das jüngste Mitglied seines illustren Fuhrparks im Hafen von Monte Carlo zeigt. Natürlich setzt er bei seinem Posting auch die Wasserdosen gekonnt in Szene. Doch die geissche Gaumenfreude hat ihren Preis. Ein Exemplar kostet satte 1,89 Euro. Viele Fans fühlen sich zudem an die bereits existierende US-Wassermarke Liquid Death erinnert. Doch nicht nur die vermeintliche Nachahmung des Konkurrenten aus Übersee stößt auf heftige Kritik. Braucht keiner, gibt schon genug Zeug, lautet das vernichtende Urteil einer Instagram-Userin. Auch den Preis halten nicht wenige Nutzer für viel zu überteuert. So wird die Familie unter dem Beitrag etwa als Geldgeil abgestempelt. Robert, Carmen, Davina, 21, und Chenaye, 20, würden den Hals nicht vollbekommen und mit der Dummheit der Menschen gut Geld verdienen.